Willkommen zurück, es geht weiter bei Let's Play James Bond, ein Quantum Trost. Wir verfolgen jetzt immer noch den, wer auch immer das ist. Auf jeden Fall, wir verfolgen ihn. Und, ja, ich hoffe mal, wir kriegen ihn. Wir verfolgen ständig irgendjemanden. Wir haben eine Botschaft auf Madagaskar betreten. 007. Bond. Der, den ich eben befördert habe? Auf fremdem Boden. Bonds Ziel sucht vielleicht Asyl. Und Bond verletzt die einzige, absolut unverletzliche Regel internationaler Beziehungen. Wir haben die Kamera verloren. Das Satellitenbild deutet auf... Eine Bombe hin. Die Wärmesignatur ist eindeutig. Finden Sie unsere miesigen Agenten. Das wäre Kater, man. Setzen Sie ihn ein. Ich will einen Bericht. Das ist nicht wichtig. Weiter, ich will sehen, was Bond gesehen hat. Jedes Gesicht, jede Datei. Nur das ist wichtig. Nein, weiter. Findet Bond. Hallo, M. Sie sind verdammt unverfroren. Ich gebe Ihnen Doppel-Null-Status und Sie schießen zu feier eine Botschaft zusammen. Ich fand einen Bombenleger weniger auf der Welt, der was gut ist. Wir wollten ihn verhören und nicht töten. Und dank Ihnen wissen wir nicht, wer ihn angeheuert hat und wieso. Er wurde von Alex Dimitrios angeheuert. Dimitrios? Was hat er vor? Und wieso, zum Teufel, sind Sie in Maya M.? Das versuche ich herauszufinden. Ich bin Ihnen hier zum Science Center gefreut. Sieht aus, als würde Dimitrios auf jemanden warten. Wissen Sie auf wen? Noch nicht. Wenn mein Gast ankommt, führt ihn herein. Sonst darf hier keiner durch. Ja, Sir. Er hat drei Wachen auf dem Balkon. Sie sind in Miami-Bond. Nicht in einer Hinterwald-Botschaft auf Madagaskar. Sie können nicht einfach rein stimmen. Dann muss ich leise ergehen. Puh. Okay. Was genau müssen wir jetzt tun? Oh, ich habe irgendeinen Bug. Oder irgendwas. Der läuft jetzt die ganze Zeit ständig nach links. Ich drücke hier auch nichts. Hallo. Ah, jetzt. Okay. Alles in Ordnung. Lassen wir... Uh, da ist er noch. So. Helikopter. Gut. Nach hölkern war er noch. Da. Gut, weiter nach oben. Oh. Ach du Scheiße, wie soll ich denn hier durchschießen? Ein zweiter Scharfschütte zu ihrer linken, hintere Gebäudeseite. Okay. Ganz da hinten ist irgendwo auch noch einer. Das waren alle. Sie gehen besser wieder runter auf die Straße, bevor die Leichen gefunden werden. Lassen Sie die Waffe zurück. Ein Agent vor Ort holt Sie. Gut. Telefon. Ich gehe mal dran für dich. Rivera. Hier außen Bereich 1. Die Lichtspiegelung kommt von der Werbetafel jenseits der Straße. Eine der Streben ist kaputt. Unsere Leute waren dran. Sie dachten, es wäre ein Scharfschütze. Keine Gefahr im Moment. Wir halten die Augen offen. Over. Gut. So. Na, Kampf wollte ich jetzt nicht riskieren. Dachwachen, kann ich ein Update haben. Over. Dachwachen, Team. Bitte melden. Over. Gut. Wir haben mal einen Blick auf die Kameras. Die sehen aber nichts Verdächtiges. Von daher. Weiter gehen. Oh, da vorne ist einer. Den schalte ich aber lautlos aus. Ich krieg dich. Gut. Gibt es hier drin noch was? Telefon. Telefon. Oh, jetzt dürfen wir wieder hacken. Ja, jetzt sind dabei wieder rote Pfeile. Das heißt, die dürfen wir nicht. Also in die Richtung dürfen wir dann nicht klicken. Denn das wäre nicht gut für uns. Hier, Burton, Team 2. Das Außengelände ist ruhig. Hier kam niemand rein. Over. Team 1, wie sieht es in der Gasse aus? Team 1, wie ist der Status? Over. Team 1, bitte melden. Over. Bin ich hier richtig? Oder gibt es noch einen anderen Weg? Exit. Gut, Türen können wir ja nicht öffnen. Oh. Okay. Alter, das hat ja wieder nichts gepackt. Das habe ich alle auf dem Hals. Boah, scheiße. Schieß doch. Oh, das ging in die Weichteile. Das tut mir jetzt leid. Boah. Bist du bescheuert? Wo kommst denn du jetzt her? Gut, niemand mehr da. Doch, da oben. Beideile. 7, 2 hier, Rivera. Wie ist der Status? Ist das Ziel erledigt? Negativ. Viel Arbeit noch. Wow, das sieht dann wieder auch grenzenlosen Spaß aus. Scheiß, ich hab nicht mal viel Schuss. Stopp, ich hab auch was. Boah, schießt das ja scheiße mit dem Ding. Nimm das hier. Boah, zweite Weltkriegswaffe. Boah. 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 Gut, ist das Rohr? Boah, stehen sie über welche? Wo denn? Komm jetzt her! Ah! Ah! So. Oh mein Gott! Gut, aber ein Kontrollpunkt erreicht. Das passt nämlich. Ähm, ich werde ein paar letzten Themen beenden. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao!